Der weltbekannte indische Regisseur und Schauspieler Raoul Vora sah Shen Yun Performing Arts am Dienstag in Wien. Als künstlerischer Leiter und Produzent von internationalen Festivals war er beeindruckt vom Zusammenspiel des digitalen Hintergrundes mit den Tänzern. Er ist Hauptdarsteller im Musical Bharati, das seit 2006 durch die Welt tut. Zur Musik von Shen Yun hat er eine hohe Meinung. Musik ist eine exzeptionale Qualität und ein Mix der beiden, die traditionellen und westernerklassischen. Superlative, superlative. Ich will es zurück mit mir in India bringen. Ich hoffe, es kommt bald. Ich würde es in India bringen. NTD News, Wien